So, Alöchen ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Jurassic World. Wir machen weiter, wo wir aufhören haben. Der Dino hat gerade ein Eis gekriegt und jetzt schauen wir mal, was passiert. So schlecht finde ich, das ist nicht, aber okay. So, schau mal mal, wo wir hin müssen mit dem Dino. Ich kann es mal fast finden. Wo er hin will, ist doch egal, lass ihn doch. Da geht's auf der Dino, Baden. Killer Dino. Monster Killer Dino. Mein kleiner vierter Rande. Ich glaube, er mag uns. Kann sein. Na los, rüber mit der Grey. Der fährt nirgendwo hin. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderland. Benzin braucht es sicher auch. Ja, ein Auto braucht man meist. Was meinst du, wie wir das Wasser runter bekommen? Vielleicht kann uns der Kompi noch was helfen. Klar doch. Ich kann den da nicht werfen. Zack! Ja, das ist gut, der Kleine. Ja, ist gut, der Kleine. Geschafft! Ah! Start? Check. Was jetzt? Schuss. Oh? Oh, jetzt kommt's kommt's. schon sehr nett gemacht na, hat die Gas, kleiner Mann ich mein Dino damit kann der Dino aufbauen so, die Türen werden auf so, die Türen so, die Türen so, die Türen so, das war die Batterie, denke ich oder der Motor so, die Türen ich kann mir jetzt fast denken, was ich machen muss da oben war da so ein schönes, großes Rad so, die Türen dann probieren wir es jetzt noch mal mit dem kleinen Rad das ist wieder ein ganz anderer, ok so, die Türen hallo, hallo, geht's jetzt mal auf das Rad hallo, geht's jetzt mal auf das Rad, oder geht's nicht mehr? ok, 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 also da ist schon mal kein Kanister wird's jetzt wieder dunkel killeuuu... sehr sch soft, dann Mitchell na dann, habt ihr jetzt mal ein tram chnitt nachher sagen Nein, nur den Teil mit dem Pfarrn. Das war jetzt nur als Joan. Ihr Peil-Implantat. Sie hat es sich ausgerissen. Sie sind entwischt. Hören Sie das? Sehr gut. Was zum... Reifenspuren. Wie haben Sie den zum Laufen gebracht? Das Geräusch gefällt mir nicht. Okay. Checkpoint. Alles okay. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es hier reinkommt. Aber wie es uns dazu bringt, ihn rauszulassen. Der Buch kommt mir sehr bekannt vor. Da muss man auf jeden Fall abspeichern. Das kann man nicht schlecht. Speichern und fortfahren. Hallo. Ich sehe dein Auge. Okay. Ein Moment. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Messer da durchhalten kann. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Messer da durchhalten kann. Dann bauen wir mal eine... Ich wollte gerade sagen Leiter, aber... Wahrscheinlich sie, oder? Jetzt habe ich mich erschrocken. Wow. Ja. Warum denn Leben? Das sieht gefährlich aus. Gut. Das soll es auch. Was ist hier ein Verjacketen? Das ist hier. Was ist immer noch nicht der Großen? Das ist irgendwie der E-Kern aber auch viel draufhauen. Das ist immer noch nicht der E-Kern aber auch viel draufhauen. Wie auch immer nicht der E-Kern aber auch viel draufhauen. Hier ist irgendwas. Das können wir benutzen, um hier rüber zu kommen. Wie ist hier Gleichgewichtssinn? Gut. Hoffe ich. Darin nachzusehen, überlasse ich Ihnen. Kommen Sie. Es ist doch nur... Ja, ich weiß, was das ist. Danke. Dino-Klar. Geh du mal lieber in Deckung, Mädchen. Was? Auf den Aufzug! Oh, oh. Ja. Klar, ratzen Sie sich Zeit. Also gut, aufpassen da unten. Die Mauer sieht aus, könnte sie kaputt gehen. Oh, oh. Ich hab's mir noch fast gedacht. Geh weg. Das war ein wenig zu knapp. Alles okay, Sie sind sicher. Fürs Erste. Kann Sie es von Ihrer Seite verschieben? Ich versuch's. Mmhhmm. Oh, oh. Mhm. Ja, Zannik. Ja, Zannik. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Das Tor ist zu. Siehst du irgendwo den Schlüssel? Ja, ist in meiner Hand. Verzeihung, Leute. Ich will nach Hause zu Mom und Dad. Klar doch. Aber erst mal... Ich glaube, ich kann das Tor zurück zur Lagune sehen. Nein, weg da! Das ist mein Sandwich! Lass das! Das ist nicht für euch! Na los, Bernie. Lass dir was einfallen. Hilfe! Die fressen einfach so mein Piknik auf! Das ist so schön. Da ist zu, dass du mein Mikro auf der Tür schießt. Das ist so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Du hast dich, wie bin ich. Ich bin so schön. Ich bin so schön. Hier kann man nicht bauen, hier kann man... Ja, okay. Hey, Klappe! Kommt jemand. Ob die uns vielleicht mit dem Tor helfen können? Klasse! Kinder! Die kennen sich immer mit Technik aus, oder? Äh, weiß einer von euch zufällig, wie man Aktoren an einem Tor repariert? Ich helfe! Klasse! Donald T. hat sie so richtig verhauen. Ahahahahaha! Schon mal was von Teamwork gehört, Santiago? So, hoffentlich schaffen wir das jetzt noch in zwei Minuten. Nicht schlecht! Ich würde es glatt Donals Job übernehmen. Also, falls das mit der Uni nichts werden sollte. Hey, ich bin nicht dämlich. Du hast mich doch dämlich genannt, oder? Das war nett von Ihnen. Aber sollten Sie hier draußen wirklich Kinder herumtreiben? Ja, Kinder, die Sie für Autofahren haben. Sehe ich da etwa eine Info? Tatsächlich! Sehen Sie, sie läuft direkt auf den Park zu. Oh mein Gott. Hallo? Irgendjemand hier? Ingen, Haskins. Sie wissen, warum ich hier bin? Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren an einer Verwendung für diese Raptoren. Lassen Sie mich das klar ausdrücken. Kein Veloci-Raptor wird auf dieser Insel freigesetzt. Okay, Boss. Was haben Sie jetzt vor? Wir brauchen niemanden sonst. Täuscht euch da mal nicht? Ziel gesichtet südlich des Vogelhauses. Wie geplant fortfahren. Beeilung, Jungs. Zehn Uhr. Beim Vogelkäfig. Hochziehen. Hoch! 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 Ich würde gerne erstmal abspeichern. Aber hier ist wieder nicht ein Fall, da ist das Kippler. Niemals, Mann. Niemals, Mann. Nein! Lass los! Hutsch! Verzieh dich! Wenn du nicht zahlen kannst, dann verschwinde. Wir müssen ihm helfen. Regel hier nach. Niemals, Mann. Nein! Das will ich nicht. Wieder zu laufen. Ich kann ja auch nicht ... man kann ja auch nicht speichern, das ist doch ... Wir kapotieren erstmal das Teil. Geht die Folge ein bisschen länger, kann ich mich nicht ändern. Hat sie der Dino erschrocken? Passt auf! Haltet euch vom Wasser fern! Wie kommen wir da vorbei? Glaubt nicht, dass wir das können! Ah, die Staffel-Eigentums-Einheit. Ich glaube kaum, dass uns diese Dinos einfach so vorbeispazieren lassen. Auf dem Dach dieses Gebäudes ist ein Holo-Projektor. Den können wir benutzen! Oh, der wäre ein Geschmack! Oh, der wäre ein Geschmack! Ich finde für Sie ein Weg da hoch! Oh better! Oh ... Oh ... Jetzt kommen Sie doch mal auf! Und ... Oh ... Okay ... Mal sehen, was für hologramme der eingekommen wurde. So, hier ist ein Tal. Guter Trick. Achtung! Guter Lieben, hier machen wir einen Cut, bis dann euer Blackie schaußen und schaltet wieder ein, wenn es weiter geht.